Am 18. Juli 1968 wurde Melissa Lucio in Lubock, Texas geboren. Sie wuchs bei ihrer Mutter in sehr ärmlichen Verhältnissen auf, mit kaum etwas zu essen und in Recht heruntergekommenen Wohnungen. Ihr Vater starb, als sie noch ein Baby war. Im Kleinkindalter, sie war vielleicht vier oder fünf Jahre alt, begann der Freund ihrer Mutter sie zu belästigen. Und das ging drei Jahre lang so weiter. Im Alter von 16 Jahren verließ Melissa ihr Zuhause und heiratete. Ihre ersten fünf Kinder hatte sie mit einem Mann, der stark trank und sie körperlich missbrauchte. Insgesamt bekamen sie 14 Kinder und der Kreislauf der Armut setzte sich fort. Die anderen Kinder bekamen sie von anderen Männern, die in ihr Leben traten. Melissa hatte es schwer, einen Job zu finden. Wenn man so viele Kinder hat, ist es sehr schwer, sich eine Kinderbetreuung leisten zu können. Und selbst mit staatlicher Unterstützung hatten sie oft nicht zu essen und lebten sogar in einem Park. Melissa hatte eine Drogenabhängigkeit, von der sie nicht loskam. Und aus diesem Grund musste das Jugendamt oft eingreifen und einige der Kinder aus dem Haus nehmen. Obwohl Melissa die Kinder weggenommen wurden, weil sie nicht vernachlässigt wurde, weil sie sich das Nötigste nicht leisten konnte, wurde nie gemeldet oder dokumentiert, dass sie jemals einem ihrer Kinder körperlichen Schaden zugefügt hätte. Melissa und ihr Freund Robert Alvarez bekamen im September 2004 ihre Tochter namens Maria. Aber Melissa kämpfte immer noch mit ihrer Drogensucht und schon kurz nach Marias Geburt wurde sie positiv getestet. Daraufhin wurden ihre Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Letztendlich zogen die drei ältesten Kinder zu ihrem biologischen Vater und Melissa erhielt Ende 2006 das Sorgerecht für die anderen Kinder wieder zurück. Als die kleine Maria im Jahr 2007 drei Jahre alt war, zog die Familie in eine neue Wohnung, die direkt an der Grenze zu Mexiko lag. Die Familie lebte nach wie vor in Armut und hatte Mühe, die Miete und die Rechnungen zu bezahlen. Zusätzlich wurde die Situation noch schwieriger, weil Melissa erneut mit Zwillingen schwanger war. Da die Familie am 15. Februar 2007 immer noch damit beschäftigt war, die Möbel zu transportieren und die neue Wohnung einzurichten, achtete niemand so recht auf die kleine Maria. Laut der Aussage von Melissa bemerkte sie, dass Maria nicht mehr in der Wohnung war und suchte nach ihr. Schließlich fand sie sie draußen weinend am Treppenabsatz, mit ein wenig Blut an den unteren Zähnen. Laut Melissa schien es Maria ansonsten gut zu gehen. Also machten sie mit ihren Tag weiter und dachten nicht daran, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Doch zwei Tage später, am Samstag, dem 17. Februar gegen 19 Uhr, alarmierte der Vater von Maria und Melissas Freund Robert Alvarez den Rettungsdienst, weil er feststellte, dass die kleine Maria nicht ansprechbar war und nicht mehr atmete. Beim Eintreffen der Sanitäter liegt Maria völlig allein, auf dem Rücken, auf dem Boden, atmet nicht und hat keinen Puls. Melissa schien nicht wirklich beunruhigt über diese Situation zu sein. Melissa hielt das kleine Mädchen nicht im Arm, war nicht einmal in der Nähe von Maria und schien auch sonst sehr distanziert zu sein. Als die Sanitäter fragten, was mit Maria passiert sei, antwortete man ihnen, sie sei einige Tage zuvor eine Treppe hinuntergefallen. Maria wurde dann mit einem Krankenwagen abtransportiert, aber im Krankenhaus angekommen, wurde sie leider für tot erklärt. Der Mitarbeiter der Notaufnahme, der Maria an diesem Abend behandelte, sagte später, dass der Zustand des kleinen Körpers so absolut schlimm war, dass er das alles noch niemals in seiner 30-jährigen Berufspraxis gesehen hatte. Um alles zu erfahren, wurde Melissa sofort von der Polizei befragt. Melissa sagte dasselbe, nämlich dass Maria zwei Tage zuvor die Treppe hinuntergefallen war, aber zu diesem Zeitpunkt schien es ihr gut zu gehen. Auf die Frage nach den anderen Verletzungen, die Maria am Körper hatte, deutete Melissa an, dass ihre älteren Kinder dafür verantwortlich gewesen sein könnten. Melissa hat die ganze Zeit den Blickkontakt vermieden und wirkte niedergeschlagen. Nach etwa 20 Minuten, in denen man versuchte, mehr Informationen aus ihr herauszubekommen, begann Melissa ein wenig zu erzählen. Laut Melissa hat sie Maria den Hintern versuhlt, wenn sie sich daneben benommen hat. Außerdem gab sie an, dass sie Maria schlagen würde, wenn sie wütend ist. Sie beschrieb auch, wie sie Maria manchmal am Arm packte und drückte. Etwa zwei Wochen vor Marias Tod, habe sie Maria zweimal zu unterschiedlichen Zeiten in den Rücken gebissen. Sie gab an, Maria auch einmal ohne eigentlichen Grund in den Rücken gebissen zu haben, als sie ihr die Haare kämmte. Sie meinte, dass sie es einfach getan habe. Laut Melissa war Maria an dem Tag, an dem sie starb, krank, aber sie traute sich nicht, Maria zum Arzt zu bringen, da sie zahlreiche blaue Flecken hatte. Außerdem gab sie an, dass Maria nicht essen wollte, dass ihre Atmung schwer war, sie den ganzen Tag geschlafen hat und beim Versuch, sie zu füttern, ihre Zähne zusammenbiss. Im Anschluss an das mehrstündige Verhör sagte Melissa Lucio, ich glaube, ich habe es getan. Und das reichte der Polizei zu diesem Zeitpunkt aus, um sie wegen Mordes zu verhaften. Sie machte keinerlei Angaben darüber, wie sie ihre Tochter umgebracht oder ihre Verletzungen am Kopf verursacht haben soll, doch die anderen Eingeständnisse des Missbrauchs veranlassten Polizei und Staatsanwaltschaft, sie wegen Mordes anzuklagen. Melissa wurde über fünf Stunden lang von der Polizei verhört, ohne Essen und ohne Trinken und ohne einen Anwalt. Zudem ist sie hochschwanger und hat gerade erfahren, dass ihr jüngstes Kind gestorben ist. Es gibt viele Unterstützer von Melissa, die glauben, dass sie zu diesem Geständnis gezwungen wurde. Die Autopsie von Maria fand nur ein paar Tage später statt und die Ergebnisse sprechen eine andere Sprache. Die Todesursache wurde mit stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf angegeben, die sich innerhalb von 24 Stunden vor ihrem Tod ereignet haben muss. Zu diesem Zeitpunkt sagte der leitende Gerichtsmediziner auch, dass Maria mehrere Prellungen im Kopfbereich erlitten habe. Vor Gericht sagte der Gerichtsmediziner später, dass diese Verletzungen nicht durch einen Treppensturz verursacht worden wären und dass dies der schwerste Fall von Misshandlung war, den sie je gesehen hatte. Melissa wurde 2008 wegen des Mordes an dem dreijährigen Mädchen vor Gericht gestellt. Der Mitarbeiter der Notaufnahme bezeugte die Verletzungen, die er an Marias Körper sah, als sie eingeliefert wurde. Und der Gerichtsmediziner, der die Autopsie durchführte, sagte aus, dass Maria durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf starb und dass er nicht glaubte, dass sie die Treppe hinuntergestürzt war. Die Verteidigung von Melissa behauptete weiterhin, dass Marias Verletzungen von einem Treppensturz stammten und dass die Polizei sie zu einem falschen Geständnis gezwungen habe. Auch zwei von Melissas anderen Kindern, die an dem Tag anwesend waren, sagten aus, dass sie ihre Schwester die Treppe hinunterfallen sahen. Was die anderen Verletzungen von Maria betrifft, die laut Staatsanwaltschaft auf Missbrauch zurückzuführen sind, ließ die Verteidigung ihren eigenen Kinderorthopäden die Beweise prüfen und kam zu dem Schluss, dass die Aussage des Gerichtsmediziners irreführend war und nichts an Marias Verletzungen darauf hindeutete, dass sie das Ergebnis eines Missbrauchs war. Zudem lag eine Expertenaussage vor, die die Behauptungen über die Bisswunden widerlegte und besagte, dass die Wunden von allen möglichen stammen könnten, nicht zwangsläufig von einem Biss. Dem Gericht wurden Tausende von Seiten mit Unterlagen des Kinderschutzdienstes vorgelegt, die jedoch keine Anzeichen von Missbrauch enthielten. Die Verteidiger argumentierten, dass ein Missbrauch, wenn dieser stattgefunden hätte, sicherlich von einem dieser Sachbearbeiter erfasst worden wäre. Die Geschworenen waren der Meinung, dass die Beweise zusammen mit ihrem Geständnis ausreichten, um Melissa Lucio des Mordes für schuldig zu befinden und sie zum Tode zu verurteilen. Seit 15 Jahren sitzt sie nun in der Todeszelle. In den ganzen Jahren, in denen Melissa hinter Gittern saß und auf ihre Hinrichtung wartete, hat sie stets ihre Unschuld beteuert und behauptet, dass Maria durch einen versehentlichen Sturz und nicht durch Schläge und Folter gestorben sei. Mindestens fünf ihrer Geschworenen haben sich kürzlich öffentlich geäußert und gefordert, ihre Hinrichtung zu stoppen und einen neuen Prozess auf der Grundlage von Beweisen zu führen, die sie nie gehört haben. Die Organisation Innocence Project, die Personen, die sie für unschuldig halten, zu ihrem Recht verhilft, hat Melissa einen neuen Anwalt zur Seite gestellt, der sich intensiv für ein neues Verfahren einsetzt. Die Organisation ist der Ansicht, dass Melissa nur deshalb wegen Mordes verurteilt wurde, weil sie eine in Texas lebende hispanische Frau war, die kein Geld für einen eigenen Anwalt hatte. Stattdessen wurde ihr ein vom Gericht bestellter Anwalt zur Seite gestellt, der seine Arbeit nicht richtig gemacht hat. Man hätte Experten hinzuziehen müssen, weitere Kinder von ihr hätten aussagen können und die DNA hätte getestet werden können. Zwei Tage bevor Melissa, die jetzt 53 Jahre alt ist, hingerichtet werden sollte, erhielt sie eine zweite Chance, einen Aufschub der Hinrichtung. Dies bedeutet, dass ihr Fall erneut geprüft werden kann und ihre Anwälte hoffen, dass sie neue Beweise vorlegen können, um dem Gericht zu zeigen, dass Melissa unschuldig ist. Der neue Anwalt glaubt, dass die Beamten, die Melissa am Abend von Marias Tod verhörten, einen Tunnelblick hatten. Sie hielten sie von Anfang an für schuldig. Dem Gericht und die Geschworenen wurden nie mitgeteilt, dass Melissa eine Missbrauchsüberlebende war und Überlebende von schweren Traumata und häuslicher Gewalt sind besonders anfällig für Zwangsverhöre durch die Polizei. Auch der Ex-Freund von Melissa, mit dem sie vor der Geburt von Maria zusammen war, missbrauchte sie und drohte, sie umzubringen. Ein Psychologe, der Melissa vor kurzem untersucht hat, sagte, dass Melissa aufgrund ihrer Vorgeschichte in höchstem Maße anfällig für polizeiliche Nötigung ist. Laut Melissas Anwälten haben die Geschworenen und das Gericht nie etwas von all dem gehört. Laut den eingereichten Unterlagen gibt es viele weitere Probleme mit dem Verhör und seiner Durchführung. Die Kamera wurde an einer Stelle des Videos der Befragung ausgeschaltet und erst viel später wieder eingeschaltet, als der Befrager sie anwies, eine Puppe zu schlagen, um den angeblichen Missbrauch zu demonstrieren, der zu Marias Tod führte. Und Melissa tat, wie ihr aufgetragen wurde. Das Gericht will vor allem vier Punkte prüfen, um zu entscheiden, ob Melissa ein neues Verfahren bekommt oder nicht. Der erste Antrag besagt, dass kein Geschworener Melissa verurteilt hätte, wenn die Staatsanwaltschaft nicht falsche, irreführende und wissenschaftlich ungültige Zeugenaussagen von Experten vorgelegt hätte. Der zweite Antrag besagt, dass neue wissenschaftliche Beweise Melissas Verurteilung verhindern würden. Der dritte Antrag von Melissas Anwälten behauptet, dass wissenschaftliche Beweise zeigen, dass Maria nicht ermordet wurde. Der vierte Antrag argumentiert, dass der Staat Beweise unterdrückt hat, die für ihre Verteidigung günstig waren und damit ihr Recht auf ein ordentliches Verfahren verletzt hat. Die Menschen sind in diesem Fall sehr gespalten. Vor allem wegen der Aussage des Gerichtsmediziners, der die Autopsie durchgeführt hat. Er sagte, die Verletzungen stammten nicht von einem Treppensturz, sondern eher von einem Kopftrauma, das durch wiederholte Schläge mit einem schweren Gegenstand verursacht wurde. Und dann sind da noch die anderen Anzeichen, wie zum Beispiel die Bisswunden, die alten Blutergüsse und die alten Knochenbrüche. Der Fall liegt derzeit beim Gerichtsbezirk, der eine Empfehlung an das texanische Berufungsgericht für Strafsachen aussprechen wird, welches letztendlich entscheiden wird, ob Melissa einen neuen Prozess bekommt oder nicht. Melissas Kinder, die inzwischen alle erwachsen sind, freuen sich, dass sie nun die Chance haben, mehr Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. Momentan sitzt Melissa noch in der Todeszelle und es ist unklar, wie lange dieser Prozess dauern wird. Der Vater von Maria, Robert Alvarez, wurde von den Ermittlern ganz anders behandelt als Melissa. Sie befragten ihn eher als Zeugen und nicht als Verdächtigen. Er wurde letztendlich für schuldig befunden, Maria durch Unterlassung Schaden zugefügt zu haben, weil er es versäumt hatte, sie medizinisch zu versorgen und wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weshalb er heute ein freier Mann ist. Nun muss man abwarten, wie es in Melissas Fall weitergeht und was genau für neue Beweise vorgelegt werden.